Hallo Freunde, heute möchte ich euch eine unglaubliche Geschichte erzählen, die sich vor etwa zwei Jahren ereignete. Nur wenige Tage später ging sie um die Welt und eroberte die Herzen von Millionen Menschen. Audrey war eine alleinerziehende Frau, die sehr kinderlieb war und drei Kinder hatte. Wie jede gute Mutter sorgte sie dafür, dass es ihren Kindern an nichts fehlte. Deshalb arbeitete sie in zwei Jobs und scheute weder Kosten noch Mühen. Audrey hatte große Pläne für ihr Leben und träumte davon, dass sie später mit ihren Enkelkindern spielen würde und ihr Alter mit Freude und Kinderlachen genießen könnte. Und wahrscheinlich wäre es so gekommen, aber eines Morgens wachte sie auf und fühlte sich krank. Audrey hielt ihre Symptome für Müdigkeit und beschloss, ein paar Tage zu Hause zu bleiben und nicht zur Arbeit zu gehen. Als aber die Situation nach drei Tagen nicht besser wurde, suchte sie das Krankenhaus auf. Die Ärzte sagten, dass eine eingehende medizinische Untersuchung erforderlich sei und sie ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müsse. Da es niemanden gab, bei dem sie ihre Kinder lassen konnte, klopfte Audrey bei ihrer Nachbarin Tisha, die sie nur flüchtig kannte, und bat sie, über Nacht ihre drei Kinder aufzunehmen, worüber dieser ein wenig überrascht war. Da Tisha jedoch Mutter von fünf Kindern war, stimmte sie sofort zu. Zumal die Nachbarin erklärte, dass sie die Nacht im Krankenhaus verbringen musste. Tisha ahnte nicht, dass sich ihr Leben bald dramatisch verändern würde. Am nächsten Tag kam Audrey völlig aufgelöst nach Hause. Es war offensichtlich, dass sie sehr verwirrt war, aber sie sagte nichts. Tisha merkte, dass etwas nicht stimmte und bat ihre Nachbarin herein, um herauszufinden, was los war. Als Audrey auf dem Sofa saß, teilte sie ihr die traurige Neuigkeit mit. Die Ärzte hatten festgestellt, dass Audrey an Magenkrebs im zweiten Stadium erkrankt war und dass der alleinerziehenden Mutter nicht mehr viel Zeit blieb. Die Nachricht war niederschmetternd und stellte das Leben der fröhlichen Frau von einem Moment auf den anderen auf den Kopf. Audrey war sich bewusst, dass ihre Tage gezählt waren, aber mehr als ihre eigene Zukunft beunruhigte sie das Schicksal ihrer drei Kinder. Wenige Tage vor ihrem Tod bat sie Tisha und ihren Mann, die Vormundschaft für ihre Kleinen zu übernehmen, was Tisha wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf. Tisha war selbst in einem Waisenhaus aufgewachsen und wusste besser als jeder andere, was die Kinder nach dem Tod ihrer Mutter erwartete. Sie hatte Zuneigung zu den drei Kindern entwickelt. Außerdem hatten sich ihre und Audreys Kinder bereits angefreundet und obwohl die Familie nicht sehr wohlhabend war und ihr Haus kaum Platz für sieben Personen bot, sagte Tisha nicht Nein. Sie umarmte Audrey und antwortete, dass sie mit ihrem Mann reden müsse, da er die finanzielle Last der Familie auf seinen Schultern trage. Als der Mann ihre Bitte hörte, dachte er einen Augenblick nach und sagte dann, solange es in meinen Kräften steht, werde ich nicht zulassen, dass diese Kinder in ein Waisenhaus kommen. Ich werde alles tun, um sie glücklich zu machen. Nur wenige Tage nach diesem Gespräch starb Audrey und das Ehepaar kam ihrer Bitte nach und adoptierte ihre drei Kinder. Von ihrer ersten Begegnung bis zu diesem Tag war nur etwas mehr als ein Monat vergangen. So wurden aus zwei Familien eine große. Die neuen Eltern umgaben die Pflegekinder mit Zuneigung, Fürsorge und Unterstützung und ihre Kinder teilten bereitwillig ihre Schlafzimmer, Kleiderschränke und Badezimmer mit den neuen Geschwistern. Es war jedoch allen bewusst, dass das Leben auf so engem Raum für die Familie nicht sehr angenehm war. Einige schliefen in der Küche, andere im Flur und jemand sogar auf dem Boden. Aber trotz alledem herrschte Eintracht und Fürsorge im Haus. Tischer und ihr Mann machten keinen Unterschied zwischen den Adoptierten und ihren eigenen Kindern. Sie waren eine Familie. Und vielleicht wäre hier die Geschichte zu Ende gewesen, wenn es nicht eines Tages an Tishas Tür geklopft hätte. Nachdem der lokale Fernsehsender die Geschichte dieser heldenhaften Frau über das Internet erfahren und Briefe von Nachbarn erhalten hatte, ließ er es sich nicht nehmen, die Großfamilie zu überraschen. Diese hatte schon länger geplant, ihr Kinderzimmer in zwei kleine Zimmer aufzuteilen und neue Möbel für die Kinder zu kaufen und zu renovieren. Der Sender bot seine Hilfe an. Die Produzenten waren von der Aktion von Tischer und ihrem Mann so begeistert, dass sie beschlossen, die Familie für ein paar Tage in einem Hotel unterzubringen, während die Arbeiten an ihrem Haus durchgeführt wurden. Aber sie begnügten sich nicht damit, eine Wand einzuziehen, sondern beauftragten Designer und Ingenieure, eine neue Inneneinrichtung zu entwerfen, die Platz für alle bot. Der Umbau dauerte einen knappen Monat. Und als die Familie ihr neues Zuhause betrat, war sie sprachlos. Das hätten sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Es war ein bewegender Moment. Die Kinder weinten vor Glück und konnten sich an ihren neuen Zimmern nicht satt sehen. Und die Eltern bewunderten das funktionale Wohnzimmer und die Küche. Außerdem waren neue Möbel im Haus aufgestellt und der Raum in mehrere Wohnbereiche aufgeteilt worden. Aber wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, war das längst nicht alles. Die Tat der Eltern wurde von der Gesellschaft so sehr geschätzt, dass der Fernsehsender nicht nur ihr Haus renovierte, sondern der Familie auch einen Jahresgutschein für kostenlose Lebensmittel schenkte. Und nachdem die Eltern vor Staunen nicht mehr aus noch ein wussten, gab es eine weitere Überraschung, mit der niemand gerechnet hatte. Der Moderator nahm eine kleine Schachtel heraus und reichte sie dem ältesten 18-jährigen Sohn. Als er sie öffnete, traute er seinen Augen nicht, denn darin befand sich ein Scheck über einen hohen Betrag, der für den Kauf eines Eigenheims für den ältesten Jungen bestimmt war. Damit nicht genug wurde die Familie gebeten, nach draußen zu gehen, wo in der Nähe des Hauses ein weiteres Geschenk auf sie wartete. Ein großes Familienauto, in dem sie alle gemeinsam fahren können. Als Tischer das Fahrzeug sah, konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie sagte, sie hätten großes Glück gehabt und nichts Besonderes getan, aber die Leute waren anderer Meinung. Als das Ehepaar die drei Waisenkinder aufnahm, hatten sie nicht im Geringsten an einen persönlichen Vorteil gedacht. Ihre Selbstlosigkeit hatte alle überzeugt. Die Geschenke waren mit Spenden von Bürgern aus der Nachbarschaft und lokalen Unternehmen gekauft worden. Ausnahmslos alle bewunderten ihre Tat. Jetzt wohnt die riesige Familie in einem nagelneu eingerichteten Haus und es fehlt ihnen an nichts. Die Familie plant, mit ihrem neuen Auto ans Meer zu fahren und sich ein bisschen zu erholen. Danach wird es viel zu tun geben, denn die Familie besteht jetzt aus zehn Personen, was bedeutet, dass viel Arbeit auf sie zukommt. Die Einheimischen meinen, dass die Tat dieses Ehepaares mit Geld nicht ausreichend gewürdigt werden kann. Jeder war zur Hilfe bereit, weil sie es verdient hatten. Soweit die heutige Geschichte. Was haltet ihr von der Tat des Ehepaars? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis bald und tschüss!